Dann ein weiteres Detail, was wir jetzt an unseren Zeltforscher noch ergänzt haben, ist ein Laternenhalter. Den haben wir gestern Abend noch mit sehr, sehr einfachem Mittel produziert und das zeige ich euch jetzt einfach kurz. Wir sind also hingegangen und haben, um diese Lampe aufzuhängen. Einfach ein Stück Eise geborgen. Das sieht so aus, sieht man hier letztendlich wie ein verbogener Jering. Ich habe ein langer Draht und habe den vorne abgekantet. Einfach ein Loch hier reingebohrt und ich kann diesen Lampehalter einfach einsetzen und mit einem Griff habe ich die Laterne dran hängen. Keine Schrauberei, gar nichts. Einfach nur Stange rein stelle, Halter einstecke, Lampe dran hänge. Erledigt. Zum Abbau geht es genauso schnell. Einfach Lampe raus, Halter raus und ich kann wieder abbauen.